Das Zeichen des Hasens steht in der chinesischen Kultur für Langlebigkeit, Frieden und Wohlstand. Es war einmal in einem kleinen Dorf, das von einer wunderschönen Berglandschaft umgeben war. Dort lebte eine alte Frau namens Mai Ling. Mai Ling war bekannt für ihre Weisheit und ihr langes Leben. Die Menschen im Dorf schätzten sie sehr und suchten oft ihren Rat. Mai Ling hatte ein erfülltes Leben geführt und war von Frieden und Wohlstand umgeben. Sie hatte gelernt, dass Langlebigkeit nicht nur von guten Genen abhing, sondern auch von innerer Ruhe und Ausgeglichenheit. Eines Tages kam ein junger Mann namens Liang zu Mai Ling und bat sie um Rat. Liang war ein ehrgeiziger Geschäftsmann, der nach Erfolg und Wohlstand strebte. Er war jedoch unzufrieden und fühlte sich leer, obwohl er materiell erfolgreich war. Mai Ling lächelte sanft und lud Liang ein, mit ihr einen Spaziergang durch den malerischen Garten zu machen. Während sie zwischen den duftenden Blumen und den alten Bäumen wanderten, begann Mai Ling ihre Geschichte zu erzählen. Sie erzählte von ihrer eigenen Jugend und den Herausforderungen, die sie überwunden hatte. Mai Ling hatte gelernt, dass wahre Langlebigkeit nicht nur von äußeren Faktoren abhing, sondern auch von innerem Frieden und Glück. Sie erklärte Liang, dass Frieden und Wohlstand nicht nur materielle Dinge seien, sondern auch in der Harmonie mit der Natur und den Menschen um uns herum zu finden seien. Mai Ling betonte die Bedeutung von Mitgefühl, Großzügigkeit und dem Streben nach inneren Gleichgewicht. Liang war tief berührt von Mai Lings Worten. Er erkannte, dass sein Streben nach äußerem Erfolg ihn von den wahren Werten des Lebens abgebracht hatte. Er beschloss, sein Leben zu ändern und nach innerem Frieden und Wohlstand zu suchen. Er erkannte, dass er ein D JAMES. Er ist spreche Gasgeräusch.. Er hat eine Versorgung von nhà geplantativen Z Legislatur IN perturbation von Trading. Erjet outside鄉 EF Okay, okay. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Was machst du da? Oh, was sieht's denn aus? Du liegst halt mitten auf der Straße. Achso, ich dachte, du willst jetzt was anderes. Splendid ein bisschen. Ohne Scheiße, legt euch mal dazu. Okay. Ich hab halt so einen Stein genau in meinem Kopf, das ist ein bisschen unbequem. Es sind aber übertrieben viele Sterne, oder? Das ist krass, oder? Boah, meine Hände, Alter. Was war es? Ja, das ist so schön. Ohohohohoh Guten Morgen Gute Morgen Leute. Ein Regenbogenfahrrad. Boah, der Lenker ist so geil. Mein YouTube. Wir machen Intro und B-Roll-Footage. Mein Name ist Danger Daya und von mir ist der Song Appell. Ist der Job jetzt erledigt? Ja? Nee? Oder fehlt noch was? Ja, okay. Danke. Peace out, Leute. Tschüss. So, Leute. Das war der Jahresrückblick 2023. Die Michi sitzt auch noch da hinten und schneidet ein paar Sachen von sich zusammen. Denn von der Michi wird es dieses Jahr auch einen kleinen Rückblick geben, weil ich finde, die Michi hat richtig krass Progress gemacht dieses Jahr. Auf jeden Fall würde ich sagen, mehr als ich. Weil mein Jahr war eher so 2022. Aber meine Jahre sind auch immer eher so die geraden Zahlen und nicht so die schrägen Zahlen wie 2023. Deswegen freue ich mich aufs nächste Jahr, Leute. Vielen Dank an euch alle, an alle, die mich supportet haben. Danke an alle Leute, die ich durch Mountainbiken kennengelernt habe. Besonderen Dank auch immer nochmal an den Thomas. Der macht vielen Content hier möglich. Hält den Content auch so ein bisschen abwechslungsreicher. Bringt sein Wissen mit ein und so. Und ja, supportet mich einfach immer. Ich finde, das ist eine richtig coole Freundschaft, die wir da haben. Ein richtig gutes Miteinander bin ich sehr, sehr dankbar für. Und ja, auch danke besonders gehen an Marc, Pottlegende und den Tom, mit dem ich einfach super viel Kontakt habe, über YouTube kennengelernt. All die Leute einfach mega, mega cool. Freue ich mich sehr drüber. Und danke auch an jeden Einzelnen von euch für den ganzen Support dieses Jahr. Ja, wir sitzen jetzt hier noch so ein bisschen am Schnitt, weil wir sind immer noch nicht ganz fit und an Radfahren waren noch nicht zu denken. Aber es ist auf jeden Fall auf dem Weg der Besserung, würde ich sagen. Und ich hoffe, es geht jetzt bald endlich wieder aufs Rad. Es ist tatsächlich viel mehr geworden als fünf Wochen. Also wenn ihr das Video gesehen habt, fünf Wochen oder einen Monat ohne Mountainbiken. Letztens, dann wisst ihr Bescheid. Ja, Michis Rückblick. Ich hoffe, die schafft das heute noch. Dann kann ich nämlich auch in den Schnitt dafür gehen. Und dann gibt es das schon am Mittwoch. Und dann sehen wir uns diese Woche gar nicht mehr. Deswegen Leute, falls wir kein Video mehr voneinander sehen. Guten Rutsch. Frohe Weihnachten. Schöne Festtage. Ich freue mich aufs neue Jahr. Bin mega motiviert. Und ja, Jahr des Drachen haben wir übrigens. Nicht Jahr des Hasen, wie dieses Jahr. Und ja, dann geht's rund. Bis zum nächsten Mal, Leute. Lasst gern ein Abo da. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao.